So, hier war der Fecht-Okuli. Können wir noch nicht so viel machen, ne? Doch, den können wir befreien. Den Cowboy. Und ich bin mir sicher, den Kolosseur. Und ich bin mir sicher, und ich bin mir! Oh, das ist die Partisserie vom Kili. Herzlich willkommen! In der Partisserie-Arena von Frau Grey. Frau Grey, wovon spricht er? Er wurde korruptiert. Lasst uns zusammen Leckereien zubereiten. Jetzt geht's los. Du wünschst dir wohl, ich wäre nie hergekommen. Komm, schalte ein. Komm, mach das. Deine Frau Grey warst dann genau das was. Oh, das wird ein Spaß. Hallo, Justin. Ich habe auf dich gewartet. Möge der Wettkampf beginnen. Die Aufgabe ist eine... Was, wenn du die Torte... Wäre die Torte zuerst auf die Plätze fertig... Ah, Torten. Torten machen! Deine Frau Grey warst dann. Wunderschöneby. Wir müssengehen. Wunderschöneby. Die 그런데, interessiert sich hier. Justin, grüß dich. Was geht? Die Herausforderung hat die erste Etage fertiggestellt, aber nicht so schnell wie ich. Oh, fuck. Ich hab voll verkackt. Alles, was Beine hat. Doch, noch fertiggestellt. Beginnt nun eine Aufholjagd. Ich weiß zwar nicht, wie die Nase dran hält, aber... Die sehen beide lecker aus. Unmöglich, das kann nicht sein. Optisch ganz in Ordnung, aber sonst... Hör auf, meine Torte zu fressen. Das darf nur Justin. Und ich. Und Chris. Und Juna. Überaus schmackhaft, ganz vorzüglich. Diese Torte ist ein Gedicht. Meine Geschmacksknospen vibrieren. Das hört sich falsch an. Ah, der Funkqually ist wieder bei Sinn. Jetzt nichts wie weg hier. Hier entlang. Wohin des Weges? Warum gehen wir hier hoch und es ist nichts? Wir müssen jetzt Leckereien zubereiten. Das hört sich alle so falsch an. Hier geht's raus. Oh nein, unser Ausgang. Willkommen in meine Arena. Welch süße Überraschung. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Du schon wieder. Wagen wir doch ein kleines Wettbacken. Wenn ihr mich besiegt, dürft ihr gehen. Wir haben wohl keine Wahl. Aber zusammen schaffen wir das. Na klar. Jetzt wird gebacken, was das Zeug hält. Wer zuerst die Teller füllt, gewinnt. Hm. Was ist Arschloch? Ich hab doch... Ich hab doch... Eh, ich hab meine ... ... Hey, ich hab meine Seller scha... Oh, hab ich nicht. Verstehe ja. Ich hab doch... Ah, ist das gemein. Ah, wenn wir zusammenarbeiten, sind wir besser... Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt hab ich's verstanden. Oh, das ist doch scheiße. Oh, das ist doch... Es ist doch schwieriger, als man denkt. Oh, ich hab doch aufgehört, als es Gold war. Schnell, schnell, er ist fast fertig. Oh, ist das schwierig. Ich hab doch schon längst auf... Das ist buggy. Ich hatte jetzt original eine Sekunde aufgehört. Oder fast eineinhalb Sekunden, bevor... ...der Pilz explodiert ist. Ah. Nice. Let's put it. now das ist, yay. Okay, das Klappt also nicht immer Aber ich muss es So gut ich kann So So, jetzt hier hin So Jetzt hier nochmal schnell Och Mann Ist egal Boah, das war knapp Diese kleine Drecksau Wie geht's dir, Justin? Alles cool? Lass uns jetzt frei, wie du es versprochen hast Viel zu schnell So schmeckt das nicht Das gilt nicht Ich gebe mich nicht geschlagen Na gut, wenn das so ist Dann bleibt nur noch eins zu tun Hast du eigentlich die Cowgirls da? Peach schon gesehen? Aber die Meerjungfrau Peach war auch nicht schlecht Das ist mit dem Sirenen-Gesang Oh Mist, ich habe einen verkackt So So Jetzt möchte ich aber erst mal Kurz Pipi machen Und donc Geht's her He Biated Heif pick's her Dan Das Interessante ist, ich vergesse die ganze Zeit. Dass man Fernseh-Ambilight hat und mit Ambilight zu zocken, ist das ein ganz anderes Gefühl. Hallo. Ladevorgang. Ich dachte schon. Gut, das war der Kellerkonnesseur. Deine Leckereien sind einfach die besten. So, jetzt wollen wir aber hier nochmal mit dem Lasso schwingen. So, jetzt wollen wir mal mit dem Lasso schwingen. So, jetzt wollen wir mal mit dem Lasso schwingen.